Hallo, ich bin die Hanna. Im Frauengesundheitszentrum bin ich für die Gesundheit von Mädchen da. Von Schönheitsidealen und Selbstbewusstsein über die Menstruation bis zu meinem Spezialthema Liebe, Sex und mehr. Du kannst mich zum Beispiel fragen, welche Verhütungsmittel gibt es eigentlich? Was tun gegen Regelschmerzen? Ist Selbstbefriedigung ungesund? Was, wenn ich mich unwohl in meinem Körper fühle? Bin ich bereit fürs erste Mal? Komm ins Logo! Ich bin jeden zweiten Mittwoch von 14 bis 16 Uhr für euch da.